Musik So, Night of the Prompts 2016. Heute hier in der TUI Arena in Hannover mit Natascha Beddingfield, mit Stefanie Heinzmann, mit Ronan Keating und mit den Simple Minds. Und ich bereite mich langsam auf die Moderationen vor und ich freue mich auf euch heute Abend hier in Hannover. Amazing. Oh my God, I'm in heaven. This is so cool. So proud right now. Je länger die Tour läuft, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir alle am Rad drehen. Es geht natürlich das Gerücht um, speziell für die Crewleute und alle, die hier arbeiten, auch vielleicht auch für ein paar andere, dass alle sind ja ziemlich underpaid und oversexed. So, ich habe einfach meine Leute gefragt. Kann ja nicht so schwierig sein. Das ist total abgedreht bei uns. Das musst du echt erlebt haben. Da willst du gar nicht mehr raus. Aber du kommst erstmal gar nicht rein. Nur wenn du ein VIP bist. Überpaid und untersexed. Und untersexed. Es ist eigentlich, es ist eigentlich perfekt die Opposite. Okay. Underpaid und way oversexed. Okay. True. Oh, es ist die andere wehraun. Es ist die andere wehraun, okay. What can I do for you? Buy some rum. Some rum? Yeah. Okay, give me 10 minutes. Überpaid. Is that true? Overpaid but undersexed. Yeah, that's it. So, what do you do against that? Sorry? So, what do you do against that? I mean, hmm. Let me think about that. I will talk to you tomorrow. Is there something about sex? Yes. They say the whole catering crew is underpaid and oversexed. Is that true? Mmm. Yes. 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 So, what do you do against that? Sorry? What do you do against that? What do you do against that? Drink millionaires. Ah. Is that true? Yeah, it's true. It's true. So, that's a real problem, huh? I know it's a problem since many years, so. And what are you going to do on it? Yeah. Let me see. Frank? 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 Well, Peter just told me that your biggest problem is that you're underpaid and oversexed. Is that true? Yeah, it's always, yeah. Always? Always. What do you do against that? We'll film that. What? Oversexed. I'm totally oversexed. Well, Dirk told me the secret of all the stars here tonight and the problems are that they're totally overpaid and undersexed. Is that also your problem? Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. What can we do against that? I don't know. Just a little more Tuscany wine and some more golf balls. I should do it. Golf balls. Golf balls and wine. Golf balls and wine. Yeah. Keep me happy. Keep me happy.